Viele Zwickauer haben in den zurückliegenden Tagen beobachtet, wie sich der Zwickauer Hauptmarkt nach und nach in den großen Weihnachtsmarkt verwandelt hat. Am gestrigen Abend gehörte die Muldestadt zu den ersten Orten, in denen die Weihnachtszeit eingeläutet wurde. Ehe es aber um 18 Uhr den offiziellen Startschuss gab, haben wir uns einmal umgeschaut und umgehört. Unser erster Stopp war vor dem Fahrradgeschäft gleich neben unserem Sender. Heute Beginn des Weihnachtsmarktes in Zwickau und verrückt, die Fahrradhändler machen auch mit und ihr verkauft Müllschreis. Wie ist es denn dazu gekommen? Also die Idee habe ich schon ganz lange gehabt quasi und hatte aber nie die richtige Gelegenheit und es hat sich in Zwickau auch noch nicht die Gelegenheit geboten, das jetzt mal als Geschäft aufzumachen. Aber ich habe letztes Jahr gedacht, es könnte zum Weihnachtsmarkt ganz gut passen über diese vier Wochen. Und deswegen ist letztes Jahr quasi im Weihnachten diese Idee entstanden und wir haben es jetzt dieses Jahr reifen lassen und stehen jetzt hier. Also ich denke, das hat auch dieses Alleinstellungsmerkmal. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sowas verkauft. Ja, das stimmt. Das macht uns wirklich besonders an der Stelle und es ist einfach auch von mir so gedacht, als wir geben mal etwas zurück, probieren mal was Neues aus und wir geben mal ein bisschen Liebe zurück in Form von einem Müllschreis im Becher. Jetzt stell dich doch trotzdem vor, du verkaufst ja hier keine Fahrräder. Was machst du im wirklichen Leben? Also ich bin eigentlich im Steuerbüro tätig bei SBU Blumensteuer und ja, normalerweise mache ich halt Bilanzen und schiebe Zahlen hin und her und wollte halt an Weihnachten aber mal was anderes machen als sonst. Dann gehen wir das so nach draußen und wünschen euch ganz viel Erfolg, dass ganz viele Menschen den Weg zu euch, wenn ihr jetzt verratet, was kostet denn eine Portion Milchreis? Also 4,50 Euro kostet der klassische Milchreis und 6 Euro kostet schon die Milchreis Bowl und von daher, das ist auch das Höchste, was man kriegen kann und was man investieren muss und man ist satt und glücklich. Gedränge herrschte bereits kurz nach 17 Uhr am Hutzengrill auf dem Kornmarkt. Wir haben einmal nachgefragt. Ja, Weihnachtsmarkt, fast sommerliche Temperaturen heute und du hast ja jetzt schon die erste Wurst vom Hutzengrill geholt. Du hast immer gute Erfahrungen damit gemacht und denkst auch dieses Jahr wird es wieder schmecken? Auf jeden Fall, doch jedes Jahr wieder. Bin ich sehr gerne hier. Sonst deine Erwartungen an den diesjährigen Weihnachtsmarkt, was wünschst du dir? Ein bisschen winterliche Temperaturen, ein bisschen Schnee und natürlich, dass es sich auch lohnt für die Buden, die hier stehen. Dann lass es dir schmecken. Kannst du nicht reinbeißen. Dann ist da auf dem Kornmarkt ein Stand, an dem man warme Sachen anbietet. Ja, heute frühlingshafte Temperaturen und hier hängen die dicksten Wintermützen. Ich weiß nicht, dass der Winter kommt. Sind Sie nicht zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, schon. Wie lange sind wir schon hier? Über 20 Jahre? Also schon 20 Jahre. Was wünschen Sie sich in diesem Jahr? Was erwarten Sie vom diesjährigen Weihnachtsmarkt? Nette Kundschaft und Ruhe und Frieden. Mehr nicht. Reicht mir. Dann alles Liebe, alles Gute. Danke. Was gestern auffiel, es waren viele Menschen unterwegs. Was ist die Erwartungshaltung? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, mehr handwerkliche Sachen als Essbuden. Und halt, ja, dass alles friedlich bleibt. Das ist das Wichtigste. Und mal sehen, was uns erwartet noch. Gefällt's dir? Molo, gefällt's dir? Ja. Oh, das ist ja. Für viele Weihnachtsmarktbesucher gehört der eine oder andere Grünwein unverzichtbar zum Besuch des Weihnachtsmarktes. Da ist ein Stand in der Kepplerstraße immer eine gute Adresse. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Alle Jahre wieder Weihnachten. Also heute sind ja fast sommerliche Temperaturen. Ja. Ihr seid gut gerüstet. Erzähl. Was wünscht du dir? Was haltet ihr in diesem Jahr wieder vor? Uh, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir natürlich viele zufriedene Gäste. Möglichst, also ja, sehr viele Gäste. Und, ja, was halten wir vor? Viele, viele verschiedene Sorten Glühwein und heiße Fruchtweine. Ganz neu in diesem Jahr haben wir einen Birnenfruchtwein. Der ist sehr, sehr lecker. Mal schauen, wie es angenommen wird für die Kundschaft. Den muss ich mal probieren. Okay. Ich mach das mal ein. Mach den einen. Das ist ja so schönes Glas. Du kannst es nicht nur abgeben. Ah, hat es dir geschmeckt. So, bitteschön. Jetzt werde ich probieren. Mit der neuen Tasse. Mit der neuen Tasse, genau. Also ich probiere. Kein Problem. Muss ich teilen. Ja, kein Problem. Wow, Birnenfruchtwein. Sehr lecker, ne? Wahnsinn. Also Chapeau. Schöne Weihnachten. Zum Wohl. Einen wunderschönen guten Abend hier in die Runde. Ach, Weihnachtsmarkt hat er eröffnet. Und Sie probieren schon hier in der Keplerstraße. Was haben Sie gerade in der Tasse? Äh, ein Rosé-Glühwein. Und wie schmeckt er? Der schmeckt sehr gut. Und bei Ihnen? Ich hab den Birnen-Glühwein. Schmeckt auch sehr lecker. Hat ich auch probiert. Mega lecker. Ja. Dann führte uns unser Weg direkt auf den Hauptmarkt. Einen wunderschönen guten Abend. Heute Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Und natürlich gehört erzgebirgische Volkskunst dazu. Erzähl uns mehr. Wo kommst du her? Was haltet ihr hier vor? Also ich komme natürlich aus dem Erzgebirge, aus Raschau, Nähe Schwarzenberg. Und wir verkaufen hier Schwibbögen, Weihnachtsmänner und auch so viele andere Sachen. Was ist denn aktuell bei den Menschen gefragt? In allererster Linie würde ich sagen Schwibbögen. Aber auch so zum Beispiel Weihnachtsanhänger oder auch Räuchermänner sind schon immer noch sehr gefragt. Von den Preisen her, habt ihr die Preise angehoben oder sind die so wie die Jahre schon immer? Bei den Preisen müssen wir natürlich auch ein bisschen anheben. Natürlich durch höhere Produktionskosten in allererster Linie auch. Dann wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, dass die Leute zu euch finden und viel kaufen. Schöne Weihnachten. Dankeschön, gleichfalls. Auch in diesem Jahr darf natürlich der Nürnberger Lebkuchenstand direkt vor dem Rathaus nicht fehlen. René, du bist Multitasking, du kannst nebenbei abkassieren und auch ausschenken. Weihnachtsmarkt geht los, es war frühlingshafte Temperaturen. Was erwartet ihr von den Gästen? Was haltet ihr in diesem Jahr vor? Was erwarten wir? Ja, wir erwarten einen guten Markt, weil wir haben ja Wochenende mehr und heute haben wir ja einen Bonustag, weil sonst haben wir ja mal Dienstag aufgemacht. Ja und was halten wir vor? Eigentlich das bekannte Sortiment, original Nürnberger Lebkuchen, der Whiskybunsch ist wieder mit dabei, die Marille ist dabei, alles was lecker ist und was immer gut gelaufen ist. Wie sieht es mit den Preisen aus? Wir wissen ja, die Glühweinpreise sind ein bisschen angehoben generell, müsst ihr aber tun, stimmt's? Ja, also wir mussten den 50er erhöhen, auch bei den Lebkuchen in 50er, aber da sind wir noch human geblieben. Eigentlich müsstest du mehr erhöhen, aber haben gesagt, machen wir nicht, wollen wir nicht. E10er ist fair für den Lebkuchen und ich denke, 4 Euro von Glühwein ist auch okay. Ich habe heute eine Liste aus Berlin gekriegt, da kostet der normale 5 und 5,50. Ich denke, da sind wir ganz gut dabei. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit, dass die Menschen zu euch finden und ich denke, wir sehen uns. Gute Zeit. Vielen Dank, schönen Abend euch. Wie bereits in den letzten Jahren ist auch das Areal rund um das Schumann-Denkmal wieder Bestandteil des Weihnachtsmarktes. Hier gibt es neben der Kreativwerkstatt für Kinder auch wieder die Märchenhütten. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen, wie das vorher. Dann haben wir einen altbekannten Stand gefunden, der besonders aussieht. Ich würde sagen, Jungs, wir haben uns das letzte Mal gesehen, damals auf dem Domhof, ist ja dieses Jahr nicht wirklich spät. Aber schön, dass die Glühwein-Apotheke wieder dabei ist. Was haltet ihr vor? Ja, Glühwein, was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen, das wie auch schon auf der Apotheke, am Domhof, nur jetzt halt hier. Also Glühwein in allen möglichen Formen, mit Schnaps, ohne Schnaps. Was wünscht ihr euch von diesem Weihnachtsmarkt? Natürlich erstmal einen guten Umsatz, muss man sagen, als Geschäftstätiger auf jeden Fall. Aber sonst natürlich auch, dass alle gesund bleiben, alle die Familie sehen können, nichts weiter passiert. Ja, ja. Dann wünschen wir euch gute Geschäfte. Wir werden es nach draußen geben, dass ganz viele Leute kommen. Gute Zeit. Vielen Dank. Wunderschönen guten Abend. In diesem Jahr wieder der Flammlachs dabei. Ganz viele Zwickauer werden sich freuen. Was haltet ihr vor? Wie geht es euch? Wie es mir uns geht? Ganz gut. Und warum wir es gemacht haben? Ja, und weil wir ja letztes Jahr hier standen und die Nachfrage nach dem Flammlachs immer extrem groß war, hat man die Idee geboren, wieder einen Flammlachs ins Leben zu rufen. Jetzt erzählt uns mal für unsere Zuschauer, was macht ihr hier? Weshalb ist der Flammlachs so lecker? Weil es ein Gerücht ist, was nicht jeder macht. Gerade wer nicht einen Garten hat, hat nicht die Möglichkeit auf der Feuerschale irgendwo einen Flammlachs zu kreieren. Ja, und deswegen haben wir gedacht, machen wir dieses Jahr den Flammlachs. Was wir dann auch noch haben, ist der leckere Domhofzipfel. Kennen die wenigsten. Das ist eine extra Wurst, die für diese Bude kreiert worden ist, die ja früher auf dem Domhof stand. Das ist eine Wurst gefüllt mit Bratkartoffeln, Röstzwiebeln und Sauerkraut. Also jetzt hast du uns richtig Appetit gemacht. Ich glaube, wir probieren das nachher. Euch eine gute Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Das ist gleiche. Ciao, ciao. Vielen Zwickauern und Gästen der Stadt ist das italienische Feinkostgeschäft gleich neben dem Rathaus bestens vertraut. Natürlich hat man sich auch hier für den Weihnachtsmarkt wieder etwas einfallen lassen. Du sagst... Ja, liebe Heidi, schön, dass wir dich hier sehen vor deinem Laden. Ihr seid natürlich beim Weihnachtsmarkt auch wieder mit dabei. Was haltet ihr vor? Also wir verkaufen wieder, oder besser gesagt, wir grillen wieder unsere Salsiccia, was ein hauseigenes Rezept aus Apulien ist. Und wir machen natürlich unseren Wein, den Windpulé, selbst. Der sehr lecker ist, weil er nicht zu süß ist. Der hat nicht so die Note von Anis oder der hat halt mehr Früchte. So, was machen wir noch? Wir haben Krabber, wir haben verschiedene Getränke mit Sade. Also es lohnt sich wirklich vorbeizukommen. Und wir freuen uns jedes Jahr schon drauf, dass wir halt Regenbesuch bekommen. Wir haben dadurch auch schon sehr viele Freunde. Und wir haben immer Spaß daran. Und das Wetter natürlich passt super da drauf. Weihnachten ist einfach eine schöne Zeit. Und ich glaube, in diesen so anderen Zeiten, Heidi, sollten wir zusammenstehen, ein oder zwei Gläser zusammen trinken, miteinander reden. Ich glaube, das macht die Weihnachtszeit auch aus. Ja, auf jeden Fall. Weihnachten ist ja ein Fest der Familie, der liebenden, der lieben Menschen. Und da sollten wir natürlich auch mal einen schönen Glühwein zusammen trinken, was wir heute natürlich auch noch machen. Das machen wir definitiv. Und ja, ich finde die Atmosphäre in Zwickau natürlich auch immer sehr schön, sehr gemütlich ist der Weihnachtsmarkt. Und wir machen jetzt schon 18 Jahre. Und das freut uns natürlich, dass wir so Regenbesuch haben. Dann bleibt gesund. Alles Liebe, alles Gute. Lasst uns verbunden bleiben. Ja, das wünsche ich euch auch. Lieben Dank. Dann zeigte die Rathausuhr kurz vor 18 Uhr. Traditionell stimmte das Jugendblasorchester auch in diesem Jahr die Menschen wieder auf die Weihnachtszeit ein. So richtig begeistert war der Chef allerdings nicht vom frühlingshaften Wetter. Naja, tolles Wetter für eine Weihnachtsmarkteröffnung ist erstmal surreal, wenn wir 10 Grad haben und wir eigentlich weihnachtliche Weisen spielen möchten. Aber natürlich für uns Musiker ist es ein bisschen angenehmer, nicht bei minus 10 Grad spielen zu müssen und die Instrumente fielen ein. Deswegen schauen wir mal, was der Winter jetzt noch bringt. Aber ich denke, das Programm wird weihnachtlich genug, damit vielleicht morgen oder nächste Woche der nächste Schnee kommen kann. Der Weihnachtsmarkt ist das eine, aber ich glaube, wir sehen uns auch wieder am Wasserturm am 24.12., stimmt's? Richtig, aber dann nicht mit dem ganzen Orchester, sondern mit einer kleinen Bläserbesetzung, die weihnachtliche Weisen dann spielen wird. Das heißt also, auf dem Wasserturm passen nicht alle bei uns im Orchester. Aktuell sind wir 180 aktive Musikerinnen und Musiker, bedeutet so viel trägt der Turm dann doch nicht. Dein ganz spezieller Wunsch in diesen so anderen Zeiten für die Weihnachtszeit? Na ja, mein persönlicher Wunsch wäre, dass die Menschen wieder ein kleines bisschen mehr zusammenfinden würden, ein bisschen mehr aufeinander Acht geben würden und nicht nur mit Ellenbogen ausgefahren durch die Straßen gehen würden, sondern auch mal aufeinander achten würden und sich helfen, wenn nötig. Musik Dann wurde es offiziell und Zwickaus Oberbürgermeisterin begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Konstanze Arndt war aber nicht alleine gekommen. Der Weihnachtsmann sorgte mit seinen Wichteln vor allem bei den Jüngsten für strahlende Augen. Dann war der große Moment gekommen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, neun! Und der große Weihnachtsbaum erstrahlte in hellem Lichterglanz. Dann wünschen wir uns eine besinnliche und friedvolle Weihnachtszeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017